Musik Jo Leute was geht und willkommen zurück zu Let's Play Last of Us Part 2 Ja Leute, letzte Folge sind wir hier stehen geblieben Und wir hatten uns mit ein paar Loader und sonst Infiziten noch zu tun Ja und jetzt an dieser Stelle machen wir weiter Schauen wie es weitergeht Wir waren hier bei dieser Treppe stehen geblieben Äh, was fragt mich jetzt auch noch? Was? Ist jetzt am Anfang kein Leben? Okay Das ist perfekt Okay Scheiß, 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 schaden, schaden, schaden wir mal weg Scheiß, 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 schaden, schaden Perfekt Okay, das war's. Äh, wo war der? Äh, ihr? Der hat nichts anderes. Nachscheissen. Ja, ich wäre froh, wenn ich dann schon bald mal einen Bogen hätte. Weil wir haben... Oh, geil. Weil wir haben Pfeile letzte Folge ja aufgesammelt. Auch wenn ich nicht weiss für was. Wir haben keinen Bogen. Gut. Hier scheint nichts mehr zu sein. Okay. Ja. Wir freuen uns, ich kann gerne schon da noch um da lassen. Würde mich sehr freuen. Wenn euch die Displayreihe gefällt. Natürlich auch. Super Schussverkauf. Unschlagbare Angebote bei Rosemons. Mit diesem Kutschen erhalten 7,5% auf dem Gesamtankauf. Okay. Alles klar. Ja. Ja, Munition. Geil. Ah, scheiße. Wir sind so... Ja, geil. Noch ein bisschen Leben. Geil. Schau dir. Ja, aber... Ich bin nicht schwingend. Ich bin nicht schwingend. Ich bin nicht schwingend. Ich bin nicht schwingend. Ich weiß. Wir wissen ja nicht, was jetzt hier abgeht. Ey. Wo? Wo waren meine Pillen? Hallo? Nein. Oh, doch. Oh, scheiße. Yolanda, es tut mir leid. Ich werde mich nicht mehr um... alt bekömen können. Du hattest recht mit den Wolves. Sie sind wirklich noch schlimmer als das Militär. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wir uns hier gegenseitig fertig machen würden. Alle haben gesehen, was die Wolves meiner Arme und Sophia getan haben. Und... Und was wollen sie im Gegenzug tun? Zuständnisse machen? Ich hatte Wurfblut für ihn. Sie hätten sich mir anschliessen sollen. Stattdessen haben sie sich gegenseitig... gegen mich verschworen. Also waren sie zuerst dran. Ach du Scheiße. Pillen, Pillen. Oh geil, ja. 45 Pillen. Oh, okay. Wir können nähen. Dann mir er voll. Okay. Ich höre schon, ob ich es ziel habe. Ich habe gesagt. Besser Schalt. Den... Ja. Kann... Fünf... Fünf Schüsse. Jetzt... Verbesser die ziel, ob ich es hätte. Genau. Keine Zeit. Wenn du... Ja. Das... Kann... Von dürfen sein. Moment... Sehr schön. Äh... Ich will jetzt keine Schaltung vererschen, ne? Oh jo. Ja, leben. Aber jetzt ist mir egal. So was... Leben. Ex... Äh... Als Reserve haben. Ist mir das egal, wenn ich dann... noch was herstelle. Was ist das jetzt? Was ist das? Das ist ein Bogen! Geil! 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 Eier! Und... Eier! Und... Den brauchen wir für... Teilherzeichen! Abokate das nice! Hallo? Eier! Eier! Uuuun... Es tut die Schrauben! schrott money nein ich das will ich weiter mit dem bogen ok ja so kann man gucken auch Okay, ich kann's wieder einsammeln. Ja, moin. Voll scheiße. Ich hab's nicht drauf. Das ist ja wirklich voll scheiße. Ich hab's gewusst, dass das da hätte ich nicht hergestellt. Hey, hier ist noch ein Eindringling. Ein Mädchen. War sie hier? Nein, aber dieser Kerl ist hier irgendwo. Scheiße. Wir suchen zwei. Wo kommt dieser Rauch her? Er hat einen Truck hochgelacht. Wie konnte das passieren? Jetzt findet sie. Ich will die verdammten Eindringlinge. Ich bin zu langsam. Okay. Oh, sicherlich überall von diesen Walls. Fuck. Okay. Nein. Wo ist der Hund? Er hat ihn mir auch. Ja. Scheiße. Gut, schauen wir hier mal um. Oder irgendwas sich... Ah, die waren nur zu dritt hier? Ja, moin. Ich bin noch vor dem Frühstück, Junge. Dich nehme ich noch vor dem Frühstück, Junge. Ich wollte zum Teufel. Ah,るof? Ich bin noch vor dem Frühstück. Gleich hier drin. Mist! Ah, ich meine. Ich habe gemeint, die sind nur zu dritt. Alter, es sind noch mehr. Es sind ja mehr als... Mein Leben. Ja, hallo. Was ist das für eine Scheißstelle? Okay, das ist verdammt scheiße jetzt hier, ne? Alter, scheiße, Mann. Oh, Mann. Halleluja. Ey, mein Pfeiler, Junge. Ah, was? Ey, komm, Ellie, verschwinde, Mann! Willst du mich verarschen? Was ist für eine Scheiße? Ey, was ist das für eine Scheißstelle, Mann! Das ist doch behindert jetzt, Mann! Boah, ich bin doch noch nie so... so viele verrückt! Komm, das ist gar nicht... gar nicht... gar nicht... Das ist gar nicht so... Ich habe mich gepackt mit mir. Ich habe mich gepackt. Wo? Ey, wie haben die mich... Ey, komm, das ist so scheiße jetzt gerade. Was zum Teufel? Los, Junge! Ach, ich mach's ja nicht gern zu Tiere, Lecklin Appel. Was sein muss? Muss das sein, ne? Scheiße, der hat den Preis gebrochen. Fuck, ich kann gar keinen mehr... Nein, 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 herstellen! Zwei Stück Scheiße. Ey, wo muss ich überhaupt hin? Das ist jetzt noch die Frage. Ich schau mich mal um. Mann. Wo bist du denn hin? Haha, hab ich noch in diese Häuser rein gehabt. Ja, na? Ja? Hier ist gar nichts. Ich hab was gehört. Ich sehe nach was los ist. Ich sehe nachsch dem. Ich habe das. Ich sehe nach als sch Magazine. Ich sehe nachschule, dass du keinen vers. Ich sehe nachStand. Nein, 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 nein. Ich sehe nach sie zu. Ich schauze, ich habe einen Schaden für einen Moment. Ah, jetzt sind wir hier. Der Balkon, okay. Nee, Moment, Moment. Äh, 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 ich bin jetzt hier. Ah, okay, ich hab das gefilmt. Wir müssen gleich... Sie fragt, ist hier überhaupt noch jemand? Da haben wir alle erwischt. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay, gucken wir mal, ne? Das ist das, was wir können mitnehmen. Ja, geil, nix. Und noch ein Minikit, geil, kann man eins noch verwenden. Gut, und eins haben wir jetzt, äh, Reserve, ne? Perfekt, Leute. Boah, ich hab's hier noch umgeschaut, ne? Ich weiß, dass hier noch jemand ist. Die Stelle ist krass. Gut, ich hab das gefilmt, das waren alle, ne? Weil, nirgends sind mehr Leute. Oh, geil, noch, noch, noch mehr Zeug. Komm, gib's mir. Ja, Schrott finden wir nicht, geil. Oh, nein, das war, äh, komm mir auch wieder nach. Okay. Ist mir auch recht. Ich glaub, das machen wir. Ja, auch wenn es nur zwei sind, aber egal. Wo? Wie zum Teufel hab... What the fuck? Wie haben... Ey, wie haben die, die mich gesehen? Wie? Was? Aber jetzt, erzähl ich. Was frag ich mich jetzt gerade. Scheiße. wo sind die wo muss ich hin wenn ich mich und wird sich nicht mit Kleid. Was ist das? Elegant. Sie ist offen. Ah! Ah! Ich gehe hier, ich nehme. Und? Und dort ist noch ein... Okay, sie sind nur noch zu zweit. So. In diesem Fall. Oh Gott. So. 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 Du machst ein... Du machst ein schweil. Komm. Gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, wir können auch... Du schaust durch. Das ist das, wie dort hin kommt. Oh, okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nein. Dieser schweiz Hund hat die Spur gefangen. Ach, sie, Junge. Ne? Die, Junge. Was der Hund irgendwie war? Und jetzt ist alles klar. Hä? Schau mal. Verfunden! Nein. Lichter! Ach sie, Junge. Ey, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, ja, ist gut, Junge, lass mich. Weg. Sorge, die alle, nee. Mein Gott. Lauf, lauf, lauf! Ja, ja, jetzt ist es vorbei. Hey, ich glaube, was ist das für eine verfickte Stelle, Mann? Das kriegt man ja nicht hin. Ja, genau, komm! Was? Was ist das für eine Stelle, Mann? Ich rasse hier gleich aus. Ja, ist gut, darf ich hier mal weg? Ja, ich bin tot, ich bin tot. Nein, ich wäre fast draußen gewesen. Fick deinen. Ey, komm, leck mich. Ja, ich bin tot. Laf, laf, laf! Ja, ich bin tot. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, ganz ehrlich, was ist das für eine behinderte Stelle? Nee, komm! Ganz ehrlich, was ist das für eine Scheisse? Oh, Machete! Oh, machete! Ja! Los! Los! Was zur Hölle machst du hier? Was? Tschüss! Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Scheiße, das sind echt viele. Hey, du bist so stark verletzt. Wird schon wieder. Meine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Sag mir, dass du nicht allein bist. Frag dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Ja. Okay. Jetzt nimmst du den Truck. Das ist dein Plan. Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Ja. Warte, sei vorsichtig. Weil ich fast keine Muni mehr hab. Das ist das... Das ist eigentlich das Problem. Wir fallen wieder. Auf mehr Leute bei den Mauern. Wir sind ganz bei dir, Mann. Vielleicht in der Haut? Ja. Dina! Wir haben gekochen! Was? Was? Ich hole dir die Schlüssel! Elli! Hab die Schlüssel! Steck hier! Nein! Nein! Das war noch ein Minikit! Oh komm! Leck mich! Okay. Es gibt wieder! Es gibt mehr! Chessie! Nicht die rausverlassen! Ich höre los! Nummer 2! Das ist du! Chessie! Oh, mein Gott! Scheiße! Das ist es! Ach... Ich bin eine Weise! Ich bin eine Weise! Meldung! Ah, komm! Ich kann mich machen. Ich bin eine Weise mit dir. gut dann haben wir oh Junge was geht ab was geht hier ab genau an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge einen ganz gefangenen Daumen hoch lassen aber da und tschau